Moin Meisters und Meisterinnen zu einem etwas anderen Video von mir, euer Maxi, denn es ist soweit. Der Umzug bzw. die Renovierung kann starten. Ich bin hier gerade auf der Treppe, wo es zu mir hoch geht. Und ja, gehen wir erstmal, das hier wird dann der Haupteingang. Die Tür kommt dazu und weg. Hier ist der Haupteingang, kommen wir schön in den Flur rein. Das ist eine alte Klingel, die kommt weg und natürlich wird alles gestrichen und so. Gehen wir erstmal ins Schlafzimmer. Das haben wir hier vorne, schön groß, schön geräumig. Natürlich, neuer Boden kommt hier überall hin, also kommt alles neuer Boden, alles wird gestrichen. Steckdosen werden umgelegt und neue, weil das alles schön oldschool ist. Wie man sieht, Rollläden sind vorhanden. Die werde ich alle smart machen, da wird es dann auch ein Video zu geben. Und ja, Bett kommt hier hin, Schrank kommt an der Seite, wie man es kennt. Dann kommen wir hier in den Bereich, wo wir am meisten Videos sehen werden, oder Streams. Auch aus der Küche. Schöne Einbauküche, schöner Brottouren, schön viel Platz. Ich habe mir ja überlegt. Hier kommt eine Kamera von unten hin, die halt die ganze Zeit das filmt. Dann hier noch eine Kamera oder so von oben, wo ich schneide oder hier. Je nachdem, hier kommen dann noch Utensilien hin. Und ja, die Schwerspüler ist vorhanden. Genug Stauchfläche, Kühlschrank kommt, dann dort rein. Finde ich ganz cool, schön räumig. Das einzige, was nur noch neu muss, ist der Wasserhahn, der spritzt in alle Richtungen. Und ja, sonst aber auch hier neuer Boden rein. Überall in der Wohnung wird neuer Boden verlegt. So, dann kommen wir ins Bad. Das wird dann auch noch umgebaut, aber nicht direkt. Ein bisschen tief. Irgendwie so 30 cm, 40 cm die Duschwanne. Ja, aber heilig ist man für den Start. Die Farbe sind natürlich auch richtig geil, schön kackbraun. Brauchen wir nicht. Bei der Toilette, die ist ein bisschen verkalkt, deswegen ist das offen. Sonst, moin, hier bin ich. Einmal ich. Und ja, teils vermutliches Bad. Gucken, wo, ich glaube, Wäschekorb kommt dann hier oder so in der Ecke. Aber werden wir ja alle sehen, wenn es fertig ist. Der größte Aufwand, der kommt jetzt ja erst, wenn man hier mit reingeht. Das hier wird dann erstmal das Studiomäßige, wo ich den Re-Screen und so aufbaue und da an der Wand. Da sind Fenster. Und ja, wie man sieht, da habe ich schon ein bisschen angefangen, die Wand aufzumachen. Habe ich noch nicht weiter gemacht, weil die am Sonntagig wenig zu laut seien. Hier kommt ein Durchgang. Hier war früher mal ein Durchgang. Die haben sich aber zugemacht. Aber ich möchte hier einen Durchgang haben, weil ich möchte eine abgeschlossene Wohnung haben und nicht immer, wenn ich in eine Stube möchte, einmal außer Wohnungstür raus, in eine andere Wohnung rein und dann hier in mein geiles, großes Wohnzimmer. Da seid wirklich riesig. Ihr seid da auch schon angefangen aufzumachen. Müssen wir mal gucken. Da muss irgendwo ein Sturz sein, weil da war ja früher mal eine Tür. Wenn ich selber einen Sturz reinsetzen, hat man ja eigentlich schon die perfekte Höhe mit denen da. Aber hier ist die Türhöhe. Das reicht mir. Und das wirklich genau auf der Höhe. Genau auf der Höhe. Zack. Das heißt, eventuell könnte das der Sturz sein. Haben sie es so gebaut. Würde man dann sehen, wenn nicht. Die Steine raus und einen Sturz reinsetzen. Fertig ist es. Und ja, Boden wieder. Dieser kommt überall raus. Und dann alles geschrägt. Und hier kommt dann noch die Tapete ab, weil, naja, ist nicht so mein Style. Und hier hat man noch was cooles. Hier hat man dann noch so eine kleine Abstellkammer. So. Zack. Schön geräumt. Hier kann man dann alles mögliche reinräumen. Das hier wird, das hier wird Wohn-Essbereich. Weil hier kommt eine Couch und ein Fernseher und dann war es das eigentlich schon für das Wohnzimmer. Deswegen wird das Wohn-Essbereich. Jetzt will ich da auch gerne einen Durchgang haben, dass man da nicht immer durch 80 Räume durch muss, um das zu machen. Und dann das hier vorne wird mein Büro, wo dann die Tür wegkommt und zugemacht wird. Hier kommt ein PC rein. Und ja, büromäßiges Zeug halt. Dann freue ich mich echt schön drauf. Wird halt auch noch eine Menge Arbeit. Hier muss halt alles verputzt werden. Das machen andere. Die machen auch den Keller. Da verputzen die aber alles neu. Und ja, es geht los, Leute. Ich würde natürlich gerne die Aussicht zeigen. Aber nee, ich möchte noch nicht zu viel liegen. Deswegen, vielleicht kommt das mal. Dann noch. Ich bin jetzt im ersten OG. Wie kommt das Internet hier hoch? Auch eine wichtige Sache. Ganz einfach. Das Haus hat zwei Kamine. Einer, der wird benutzt. Einer, der wird nicht benutzt. Der benutzt wird, ist, da sieht man das hier. Der wird hier in der Wand drin. Und der nicht benutzt wird, ist, kann man von hier besser gucken. Hier in der Wand drin. Klar. Und dann lege ich das Internet vom Keller. Da, wo das ins Haus rein kommt, das sind die neue Glasfahre. Ist hier noch ein Werkstattraum. Und dort ist halt auch das Leerrohr, beziehungsweise der leere Schornstein. Da will ich es durchlegen. Einfach. Ganz easy, ganz simpel. Und ja, die Stecklosen werden verringert, weil ich brauche hier keine. Die kommen da eh weg. Dann sind hier vier. Da noch mal zwei. Da noch mal eine. Also ein paar Stecklosen. Die Decke wird so gelassen, weil das stört mich jetzt nicht so. Ich gucke eh nicht so oft an die Decke. Außer ich liege im Bett. Und ja, das wird alles sehr, sehr schön. Das ist aufwendig. Ich nehme euch bei der Reise mit. Und ja, dann gehen wir noch mal kurz aus dem Bad, dass ihr mich sehen könnt, weil ich sonst kein anderer spiegel. Was haben wir noch so? Vom Gewicht her bin ich bei 127,5 Kilo auf mich heute Morgen gebogen. Also ein bisschen weniger die Woche. Ich wollte nicht jede Woche zur Arbeit fahren. Hat nicht so geklappt, weil es hat geregnet und es war viel zu heiß, weil bei 30 Grad in der Mittagssonne wollte ich jetzt nicht so Fahrrad fahren. Da hätte ich mich nur kaputt gemacht. Das will ich ja auch nicht. Und ja, deswegen da ist es nicht. Nächste Woche soll ich es noch mehr erregnen. Also mal gucken, wie es da wird. Aber wenn nicht, habe ich ja hier genug zu tun, um mich auszupowern. Dienstag habe ich ja den Termin mit dem Neurologen. Mal gucken, was der sagt, wie wir mit der Schulter hier verfahren wollen. Wenn der sagt, halt mal bitte direkt still für vier Wochen und dann gucken wir weiter. Dann wird es schwierig, auch hier mit der Renovierung. Ja, muss halt irgendwie gemacht werden. Dann bin ich ja hier nur und delegiere oder so. Mal schauen. Und ja, das wird alles cool werden. Ich würde euch natürlich gerne auch mitnehmen, wenn ihr noch Tipps habt oder so, wie ich was verbessern kann. Oder wie ich natürlich schön Sachen verlegen kann. Dann sagt es mir bitte. Ich werde das immer so umzusetzen, dass das hier unsere gemeinsame Wohnung wird quasi. Und das noch soweit ist, es wird ein DIY Stromspeicher geben, den werde ich bauen, auch mit Video. Denn wir haben Solarmodule und da wir nicht einspeisen wollen, weil dafür kriegen wir keine Kohle, machen wir das damit, der wird selbst gebaut. Die Solarmodule kommen aufs Garagendach und so weiter. Das passt alles. Dann habe ich hier nochmal eine kleine Unterverteilung. Da gehen wir auch noch bei in einem Video. Gucken uns das alles an. Weil eine cool beschriftet. Keine Ahnung, wie für die ganzen Sicherungen wir sind. Das sind, denke ich mal, die drei Phasen, die von unten kommen. Weil von unten sieht das genauso aus mit der 16er Absicherung. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Aber für die ganze Hauselektronik gehe ich dann nochmal. Hat zwar einen Elektromeister gemacht, aber das halt auch vor 50, 60 Jahren. Deswegen sieht man auch so runde Steckdosen und alles. Das kommt dann neu. Da kommen ganz normale hin. Weil das finde ich hier doch schöner. Und ja, hier unter dem Boden sieht alles ganz gut aus. Das ist alles Holzboden. Also mit dem Verlegen wird das hier nichts. Auch natürlich schon getrennt. Holz, Elektro, Bauschut. Und ja, wir haben noch eine Satellitenschüssel. Die kommen dann aber weg. Wenn wir Glasfaser haben, kommt hier Waipu TV hier hin für alle. Deswegen ganz entspannt. Da habe ich auch ein bisschen größer im Balkon. Der muss auf jeden Fall kein Tricksal zeigen. Ja, der muss auf jeden Fall abgekärchert werden, weil der ist dreckig ohne Ende. Hier kommt auch noch neue Balkontore ein, die man auch von außen schließen kann. Denn irgendwann soll auch auf dem Balkon auf dieser Seite eine Außentreppe kommen. Weil die Innentreppe kann ich euch mal nochmal zeigen. Ja, große Sachen, schwere Sachen da hochtragen wird schwierig, weil es ein bisschen eng. Also wenn man sich das hier so anguckt, ja, ist ein bisschen eng. Man muss dann ganz außen gehen und dann hier auf der Ecke tragen. Das Geländer muss dann nochmal festgeschraubt werden. Neue Haustür und so, das kommt alles. Und ja, Dachboden gibt es auch. Da gibt es auch vielleicht ein Video darüber, wie der gedämmt wird. Aber der ist noch nicht gedämmt. Das heißt, der bekommt dann, ich kann es euch zeigen. Ne, weil so ist ja klar, wir sind ja hier live. Quasi, es wird ein bisschen laut werden. Ja, du musst aufpassen, nicht, dass ich mir das in die Fresse haue. So, da können wir gucken. Da sieht man halt, ist nichts drunter. Was man so gelesen hat, habe ich natürlich schon informiert, dass auf die Mitte wird eine Latte geschraubt, damit man dahinter zirkulieren hat. Dann wird eine Unterschwammbahn von links nach rechts festgemacht, dann Dämmmaterial und dann eine Innenbahn, damit das Dämmmaterial nicht wieder rausfällt, beziehungsweise eine Dampfschwerere und alles. Und dann ist es schon abgedichtet. Schön nah, muss man nicht das Dach abdecken und alles, sondern einfach schön nachträglich. Die Latte deswegen, weil das muss ja ein bisschen zirkulieren dahinter, weil es kommt ja immer ein bisschen Feuchtigkeit rein und nicht, dass es dann schimmelt oder sonst irgendwas. Oh, mit einer Hand, mit einer kaputten Hand schaffe ich das. Hey. Irgendwann ist das hier schief. Jetzt vielleicht. Nee. Da sieht man hier noch, äh, halt. Deswegen kommt hier noch rum. Deswegen würde das ganz spannend, das Projekt. Und hier auch solche Lichtschalter, die kommen natürlich weg. Nee, das geht auch nicht. Und ja, ich hoffe, ihr bockt dann auf. Genauso wie bei der Fitnessreise. Ich habe Bock auf die Kochschwemes, die kommen werden. Heute werde ich mir zum Mittag ein Brioche-Brötchen selber machen und dann schöne Toonfish-Steaks dann drauf. Freue ich mich gleich schon drauf. Deswegen werde ich gleich wieder noch ins alte Haus fahren. Und ja, ich ziehe hier ein, wenn mein Schlafzimmer und die Küche fertig ist und Boden verlegen. Dann kann ich alles nach und nach hier muckeln. Weil mehr brauche ich nicht, wenn Internet eh noch nicht da ist. Dann brauche ich den PC auch noch nicht hierher holen. Und deswegen mal gucken, wie da die Videos kommen werden, wie da die Qualität wird. Aber der andere PC ist ja noch aufgebaut. Zur Not kann ich dann da ja die Videos schneiden. Und ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich habt ihr schöne Tipps für mich. Freut euch für mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.